Aber wir haben jetzt keine Karte, wir haben nichts. Leute, wir sehen nicht mal unser Leben, Alter. Ich hab keine Ahnung, wie viel Leben ich hab. Es hat drei, es hat vier ist das. Ich sehe nicht mal, wie viele Ressourcen ich hab. Ich will nicht mal, ob wir in Bordern sind, Mann. Stimmt, oh mein Gott. Das können wir auch gar nicht herausfinden, oder? Oh mein Gott, Alter, das ist die krankeste Challenge überhaupt. What? Nein! Oh mein Gott! Lass... Ey, wir wissen auch nicht mal, welche Waffen wir haben, oder? Ja, dann alles auf Challenge, Alter. Okay, oh mein Gott, ey. Holy shit, nicht mal... Wir wissen nicht mal, wie viel... Es ist gar nichts. Du weißt nicht, wie viel Leben... Wir müssen uns mal sagen, wenn wir rausspringen, sonst springen wir... Also wir gehen tilten, oder? Drück auf M, ich kann mich M drücken, Leute. Es geht gar nichts. Aber C kannst du drücken, dann siehst du wenigstens was. Ich hab C auch nicht. Echt nicht? Ah ne, warte, mit Alt. Ja, mit Alt. Oh, nur mit Alt. Oh, ich muss mal raus. Okay, let's go. Okay, aber ich kann dich ja wenigstens sehen, alles gut. Oh man. Das wird so schlimm. Oh, zwei Hits, Alter. Sad life, mein Freund. So. Ich weiß nicht, wie viel Munition ich hab, Leute. Deswegen bin ich mal weggegangen. Ich hab sechs Minis. Okay, nice. Stimmt, Munition. Oh. Das war gewollt. Äh, hier, ich geb dir noch Minis. Jo. Ich versuch grad schon ein paar Kills zu machen und so. Soll ich die noch mitnehmen, oder? Kannst du gerne machen. Aber ich komm jetzt auch mal. Ja, ich komm jetzt auch mal rein. Unten bei dir, oder? Ich glaub. Oh, Acht schuss, ne? Mit der Waffe. Welche Waffe? Äh, mit der Mini. Äh, mit der MP. Oh. Oh, pass auf. Dem hab ich schon... Oh, noch ein Hit. Noch mal ein Hit. Bin zu niedrig. Hast du MP-Munition? Äh, ja. Hier, ich hab zwölf. Oh, fuck, man. Ich hab gar nichts, Alter. Warum bin ich ne bessere Waffe? Oh, shit. Jetzt hab ich mich abgeschossen. Aber ich hab noch mal trinken für dich, wenn du magst. Ja. Ich glaub, das war nur mein Schild. Komm. Schau noch mal raus, du Pisser, Alter. Ich komm mit dem Hintergrund. Den Heller mit der Pistole. Komm, 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 komm. Mach mit. Hast du den Minis rausgenommen? Nee, hier. Boah, ich weiß nicht mal, wie viele Ressourcen ich hab und so. Hast du bloß gerade? Ja, ich hab die Dinger gebaut. Ich klem hier fest. Ich hab auf jeden Fall 50 Leben. Ich muss runter. Warst du schon ganz unten? Nee, unten war ich noch nicht. Was macht die Bombe? Ich glaub, das ist diese Impulsgrade und die wirft die Leute durch die Gegend, oder? Ja, genau. Hier ist noch... Ich nehm's noch. Schau mal kurz, im Taco-Shop ist Action. Sollen wir draufgehen? Im Haus auf jeden Fall. Komm mal kurz. Weiß nicht. Oben, oben ist der Ange gestorben. Komm, wir pushen hoch. Okay, let's go. Brauchst du? Okay. Ja. Oh, fuck. Ich hab nichts mehr. Hab ich was? Ja, ich hab was. Drüben auf der Seite. Oh nein, das andere. Seid dich jetzt? Nice. Ich weiß nicht, wer ihn getötet hat. Ich weiß auch nicht, aber du oder ich ihn getötet. Oh, fuck, wir werden abgeschossen. Hier ist die Impulsgranate. Ich hab keine Ahnung, wie viel Leben ich habe. Äh, hat der dich gehittet? Ja, ich glaube, ich wurde leicht gehittet. Aber ich glaube, ich hab noch... Warum bist du ein Medikid? Warte, ich muss jetzt ganz kurz die Waffe in die Hand nehmen. Oh, da liegt auch noch Loot. Oh, mein Gott. Warte mal. Impulsgranate. Willst du sie schnell sehen? Oh ja. Lauf rein. Okay. Man wird dazu so weggestoßen, Leute. Damit kannst du auch MLG's machen und so ein Shit. Stimmt. Du kannst dich erst helfen. Okay, ich glaube, ich habe jetzt 75 Leben und 50 Schild ungefähr. Aber ich bin mir nicht sicher, ey. Ich glaube, du weißt nicht mal, ob du reloaded hast oder nicht, ey. Wollen wir zum Fight? Ja, lass ihn gehen, oder? Let's go. Kannst du mich grüßen, bitte? Hallo Manuel. Hast du dich gegrüßt? Also, ich hatte 100 Schild und wurde einmal getroffen. Hinter deinem Arschschild? Hier ist links auch einer reingerannt, ne? Da ist er. Ja, ja, ich meine ich. Wollen wir links rum? Die Waffen rauchen ja jetzt alle. Das ist mir noch nie aufgefallen. Komm, wir machen die Decke auf. Okay. Lass sie an der Mitte einfach. Da ist er. Hast du ihn? Nein, jetzt. Nice one. Ich bin schon wieder getroffen. Die Frage ist... Wollen wir schauen mal, ob ich nochmal healen kann? Nein, ich bin 75 Leben und 50 Schild. Pass auf, da kommt jemand. Kann sein, dass sie von oben kommen. Okay, oben sind sie nicht. Irgendwo da ist jemand. Okay, ich bin nach vorne. Ich habe einen Mini. Ich habe zwei Minis. Nimm mal die Impulsgranaten. Hast du die aufgehoben? Nee. Hab. Soll ich mal werfen? Wie viele sind es? Oh, nein! Das war vollkommen gewollt. Da ist er. Hab ihn zwei Hits. Ist er draußen? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. War es der einzige? Ich glaube schon, der ist instant gestorben. Okay. Ich glaube jetzt drei Minis. Hast du Minis vielleicht? Nee, gar keinen. Wie viele Impulsgranaten hast du da? Gar keines. Gar keine. Können wir mal MLG probieren. Die Frage ist ja, müssen wir weit. In der Border. Oh fuck. Jemand hat auf mich gesniped? Ja, nur von dort kam der Schuss, oder? Da kommt jemand? Ich komme mal zu dir. Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn nur. Ist der in dem? Der ist in dem Ding drin. Der ist hier drin. Pass auf. Block mich nicht. Aber ich sehe ihn. Warte, ich schieße direkt. Einfach schießen, oder? Ja. Nice. Sehr schön. Oh, ne Bolt. Oder? Nee. Nein, mal ne Autosniper. Willst du die Skar? Soll ich sie nehmen? Ja. Nimm du. Du bist besser als ich. Nein, nehmen uns. Das war fuck. Das war viel Damage, glaube ich. Ja. Trink kurz zwei Minis. Ich kann mich verbinden. Ich gehe mich kurz. Ich verbinde mich auch kurz. Da kommt er. Ich muss... Da oben kommt er. Zwei oben. Ach, der war so low, ja. Bitte, bitte, bitte. Ganz ruhig. Schass du. Habe ich. Komm runter, komm runter. Puh, Leute. War das knapp. Die Challenge ist so brutal, alter Leute. Ohne Spaß. Es ist halt so, dass Fix immer ey, 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 ey sagt. Nein, er ist da oben. Wo ist er? Über uns. Halt dich, halt dich. Okay. Hier ist noch ein Mini. Ich hab... Okay. Ich hab mir noch einen Verband rein. Ich bin immer noch nicht voll mit... Oh my God, wie low war ich denn? Du musst richtig low gewesen sein. Was musst du... Oh Gott, er hat mich, er hat mich. Sorry. Über uns. Bleib ruhig, bleib ruhig. Nice one. Erdete, erdete über uns. Äh... Oder heb dich kurz auf. Oh my God. Kurz nach, ne? Ah ja, kommt. Ich sag immer, ey, Leute. So ein Rutsatz direkt über uns wieder. Wir sehen nicht mal, wie lange das dauert, ne? Noch zwei Sekunden. Eins. Jetzt. Okay. Der ist... Nein, ich bin Insel-Down. Oh, ich war so low anscheinend. Yes. Oh my God. Ich hab auch keine Ahnung, wie viele Kids wir haben. Okay, wir müssen ganz schnell Healing finden. Weil wir müssen dann schauen, wie die Border kommt. Da kommt noch jemand. Ich seh noch jemand. In die Richtung, in die ich schaue. Da oben auf den Berg. Da kommen sie. Ist sie bei uns? Da wird er zugemacht. Hab ich noch was zuhiel? Warte, er kommt hier. Aufschließen, oder? Oh, ich hatte ein First Aid. Oh my God, unsere Rettung. Ne Bolt ist da. Ja, ich hab schon ne Bolt. Soll ich das First Aid nehmen, oder willst du das... Ja, haust dir rein, haust dir rein. Ich hab mir zwei Minis gerade reingezogen. Okay. Ich hab 15 Verbände. Ich hab nochmal ein Mini für dich hier. Nice. Holy Shit. Was geht mit diesem Challenge ab, Alter? Wieso nehm ich das nicht? Noch jetzt? Immer noch nur ne graue Rifle, ne? Warte. Hier ist ein Mini. Ich hab... Da gibt mir noch 75 und 50 Schild. Warte, ich hab noch nur ein Dingster. Oh my God. Eva, da. Dankeschön, die HD-Tomate. Danke für deine Donation. Danke für deinen Support, Ali. Keine grüne Rifle oder so, ne? Äh, ich hab keine jetzt gesehen. Warte, hier hatte ich ja noch einen gekillt. Ich weiß nicht, wie viele Kills wir haben. Hier ist noch ne lilane, äh, Tactical Shotgun. Und ein Lagerfeuer. Oh my God, Lagerfeuer ist... Lilane Tactical. Brauchst du die? Nein, nein, nein. Brauch ich nicht. Okay. Brauchst du Munition? Das brauch ich. Schaut's aus. Äh... Ich weiß... Äh... Schau, schau im Ding. Geht, geht, alles super. Okay. Ich nehm Double Bolt. Alles ausreichend. Okay, warte, ich guck mal ganz kurz, wie die Border... Wir sehen noch recht mittig aus, würde ich sagen, oder? Ja, siehst du irgendwas? Nein, man sieht doch die Border. Ach so, ja, du siehst da so ein bisschen, ja. Ich guck einfach, wo der Rand der Border ist. Ich würd sagen, vielleicht so ein bisschen in die Richtung hier, oder? Ja, lass mal Richtung See, oder? Genau. Oh fuck, wie viele Ressourcen hab ich? 500 Holz, taugt. Äh... Ja, okay, ich brauch 500. Diese Challenge ist so geil. Die Challenge ist brutal, aber die baut so Spaß, Mann. Mann, ich würd so gern wissen, wie viel Kürz ich hab. Kann man bitte jemand den Bastard spannen, Alter? Oh mein Gott, ey. Spampt jemand bei dir, oder wie? Ja, die ganze Zeit nur S, 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 S. Du bist ja ein Idiot. Meine Fresse, Leute. Wie im Kinderland. Oh, da kommt die Border, da kommt die Border. Ja? Ja, wir müssen über den See. Von wo? Siehst du, da, da. Wir müssen hier lang. Ich weiß nicht. Nein, Border. Die ist nicht so schnell. Ja, lass einfach mal rüber über den See gehen. Bauen oder hier? Nein, 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 nein. Am Rand, am Rand. Genau. Hätt ich jetzt auch gesagt. Holy shit. Holy motherfucking shit, ey. Was los? So, Hadi Tomate, danke für die Donation. Hi, wie geht's? War kurz auf... Äh, kein Problem. Schön, dass du wieder da bist. Jemand schreibt, nie wieder PS4 spielen kann, nicht? Dann schreibt man, ich hatte ein Spiel PS3. Oh, da kommt die Border. Jetzt spammen alle los. Leute, bitte hört auf zu spammen. Dankeschön. Ähm. Oh, Mann, ey. Wir brauchen irgendeinen Mod. Leute, wer möchte, muss. Jetzt fängt sie wieder an. Leute, bitte hört drauf zu spammen, man. Ohne Spaß. Ich mach den Stream aus. Mir egal, dann habt ihr verkackt. Soll ich mal kurz in deinen Shit gehen? Nein, nein, nein. Vini, du kriegst von mir ein Mod. Gib den Leuten erstmal mit einem Timeout. Stell. Aber wenn sie nicht aufhören danach, dann bauen sie direkt. Dankeschön. Oh, der Typ fängt bei mir an. Oh, du warst jetzt vorbei. Ein Glück. Oh nein, da drüben schießt jemand. Wollen wir uns kurz einbauen oder so? Ähm. Wieso? Der Typ fängt jetzt bei mir an zu spammen. Aber ich hab ja Mods, glaub ich, da, oder? Keine Ahnung. Ich mag Mod, please. Die Leute, die nur ein Buchstaben spammen, timeoutet die mal für 360 Kunden oder so. Ich dachte eigentlich, der Nightbot wäre in meinem Stream. Warum ist er nicht da? Wo bist du, wenn er dich braucht, Nightbot? Ich weiß es auch nicht. Oh, da vorne ist ein Gegner. Welcher? Falsch der Waffe? Falsch der Waffe? Oh, Mann, ich sehe die Meter nicht. Ähm, Norden. Achso, hinter Baum, hinter Baum. Ich hab ihn gefinisht. Okay, nice. Er steht da hinterm Baum. Ja. Treff ich das? Oh, du musst... Ja, ich hab ihn! Hab ich ihn genockt? Ja, du hast ihn gefinisht. What the fuck? Du hast ihn ganz gekillt. Was? Wie viele Spieler leben, Mann? Was ist das für eine Scheme Challenge, Alter? Oh, mein Gott. Ohne Spaß. Oh, wie viele Kinder haben wir schon... Ey, aber diese Challenge ist ja echt geil. Also wirklich. Die ist mega geil, ey. Ohne Spaß. Okay, Leute, ich lese nur noch den Twitch-Chat, wenn es auf YouTube so weitergeht. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne auf Twitch vorbei. Ich poste mal den Link. Fangen wir ein bisschen nach rechts rein, dass wir dann schon mal in der Border drin sind, weil wir die gelootet haben? Wir sind mittig gerade, oder nicht? Ich würde sagen, wir sind noch eher am Rand. Guck mal, wir sind da. Da ist ja der Border-Rand. Die wird jetzt bald wahrscheinlich wieder... Okay, ich kenne hier die Bandanen. Was für Ressourcen? Aber wo hin willst du gehen? Äh, ist so in die Richtung welche. Na, ich werde hier so rechts sagen. Okay. Dass wir so ein bisschen... Ah, ja, stimmt. Weil guck mal, da ist ja die Border gleich. Das heißt, die wird wahrscheinlich irgendwo in die Richtung hier gehen. Bau dich hoch, bau dich hoch. Okay. Hashtag Team Twix, Mann. Team Twix ist am Start. Käffchen ist da. Hey, Käffchen, kannst du die Leute, die... Ah, Escape drücken. Ich hab... Darf man das? Ich hab sieben Kills, du hast vier Kills. Dann sehen wir wenigstens unsere Kills. Stimmt, stimmt. Escape. Sieben und vier. Oh mein Gott. Danke, Leute. Danke, Käffchen. Wenn jemand spammt, einfach timeouten. Und hey, Wolfi, willkommen. Oh Gott. Nee, für Käffchen hab ich nicht resettet, weil Käffchen ist schon bei mir richtig lange... Oh, da... Gegner hinter uns. Auf dem Berg. Die bauen sich rüber. Ja, ich seh. Ah, okay. Oh, ich wurde abgeschossen. Okay, lass lieber... Lieber safe spielen. Hinter uns kommt noch jemand. Muss mich verbinden. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich hab. Ja, ja, die hinter uns haben mich abgeschossen. Da sind zwei Leute. Oh mein Gott, ich bin richtig low, Alter. Hast du Minis? Ähm, ich hab nur... Ja, Verbände hab ich. Nenn ich. Ich bin auf 75. Komm zu dir. Wurdest du getroffen? Oder hab ich ihn getroffen? Ähm, nein. Ich wurde nicht getroffen. Bau hinter dir zu. Die kommen jetzt von... Von... Ich kann ja nicht mal die Richtung ganz sagen. Ja, ja, die pushen da. Ich weiß schon. Die kommen hier rechts lang jetzt wahrscheinlich gleich. Wollen wir den Spot changen? Oh, die Border kommt. Ja, ich weiß, aber... Soll ich laufen? Ja, lass da hochlaufen. Komm mit. Wie viele Ressourcen hab ich? Noch 400. Gucken, ob ich nachgaben soll. Kann sein. Da hinten, beim Stein. Ich sehe ihn. Oh nein. Oh fuck, Mann. Bist du außerhalb? Nein, warte. Wir haben mich gesnipet von dem Turm da drüben. Ich weiß nicht, ob wir im Border sind. Ich glaub nicht. Oh fuck, Mann. Die sind safe im Border. Lass runtergehen. Guck mal, die wärmen. Warte, hier. Bleib hier, bleib hier. Oh fuck. Ja, nice. Kommst du runter? Nice, wir sind im Border. Wie viel Glück kann man denn mit der Bolle haben? Oh mein Gott. Das ist noch Medi, ne? Äh, ich guck mal gleich. Ich hab nur von Bandagen hier. Oh, ich hab ein Lagerfeuer. Nice. Okay. War es nicht mehr so, dass man sehen konnte, wie voll der Mate war? Oh ja. Das ging doch mal, oder? Weil ich seh's bei dir nicht mehr. Ah, das wird wahrscheinlich auch ausgestellt sein. Warte, warte. Hey, Domfra. Willkommen. Warte, warte, ich muss auf dich zielen. Bleib mal stehen. Ne, geht nicht. Das ging mal, aber vielleicht ist das auch deaktiviert durch das... Ja, kann sein, kann sein. Wovon wir hier rechts lang, guck mal, dann... Ich hab keine Lust mehr. Oh, ich hab Gegner. Über uns. Genau über uns. Hab den? Hab ihn. Nein. Er hat einen Chuck-Chuck. Er hat einen Chuck-Chuck. Hast du Schild noch drinnen? Ich hab... Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Was meinst du? Ich schätze mal. Soll ich ihn aufheben, oder? Habt ihr eine Rife gehabt, eine gute? Ach, eine grüne Rife. Soll ich... Ich nimm die Rife und nimm den Chuck-Chuck, okay? Okay, mach das. Oh mein Gott, was bauen die da oben? ...dass ich komplett full bin. Holy shit, man. T-T-Kriss. Wir wissen nicht mal, wie viele Menschen leben in dieser Challenge. Was ist das? Das kann ja nicht wahr sein. Hey, warum hast du keine Lebensanzeige? Wir spielen gerade eine Challenge, wo alles aus ist. Wo die ganze GUI aus ist. Nein, er hat mich... Er hat mich... Ich hab ihn aufbekommen. Ich hab ihn getötet. Oh mein Gott. Das ist doof. Aber ich hab eh 14, also... Also gut. Denn ich hab ihn wirklich getötet. Lol. Er hat mich getroffen. Da hinten. Äh, ja. Auf dem offenen Feld siehst du die ganzen... Ich hab einen gehittet. Bei dem chinesen Turm ist jemand... Ich glaub, wir müssen laufen. Laufen. Komm mit, komm mit. Lass auf... Warte, lass schauen, wie schnell die Border ist. Okay, relativ schnell. Pass auf, links von uns, bei dem chinesen Turm da... Da sind die. Okay. Guck mal, hier, wo ich hinrenne, da... Da hab ich ihn getötet. Ja, ja, ich hab ihn gut gesehen. Okay, nice. Lass da hingehen. Lass oben auf den Berg, vielleicht ist das noch im Border. Ah, ich weiß nicht. Der Border ist relativ schnell hier. Shit, Alter. Holy shit. Challenge ist so geil. Jetzt macht's Bock. Hier, soll ich die mitnehmen? Nein. Warte, ich nehm die hier. Ich nehm das hier. Und ich nehm Granatwerfer. Ich glaub, es sind nicht mehr so viele... 30 Nades. Kommen wir hoch? Komm, ich seh in die Richtung keinen... Ja, lass hochgehen. Geht mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie viele Ressourcen hab ich überhaupt? 700 Steine. Nice, man. Oh, es kann sein, dass die da sind. Oh, einer hat gesniped. Da beim Airdrop. Beim Airdrop ist jemand. Ups. Mann, ey. Und einer hat gesniped unten. Und bei dieser Weide. Neben der Weide ist so ein... So ein Ding. Habe ihn gelockt. Habe ihn gelockt. Nice. Der andere ist beim Airdrop. Da vorne, bei der Weide habe ich ihn gelockt. Ich versuche ihn zu finishen. Ja, man ist finished. Siehst du den anderen? Ja, er ist da. Wo ich gerade hinter den Teilen. Oh, hier ist auch ein Airdrop gelandet. Ich mach Druck. Komm, 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 komm. Wir müssen hier pushen. Okay, ja, okay. Dann komm ich. Warte, du bist relativ alleine vorne. Ja, ich weiß schon. Ich geh noch nicht so nah ran. Er ist close, ne? Er ist beim Baum. Genau, er ist beim Baum. Hab ich noch mal getroffen? 75 Schaden. Wir haben gewonnen. Oh mein Gott. Drei. Ich hab drei HP. Drei HP. Wie viele Kills? Sechs. Alter, Leute. Wir haben 15 Kills. Gewonnen. Ohne eine Map. Ohne eine Lebensanzeige. Ohne Inventar. Komplett. Die Blind Challenge, Alter. Oh mein Gott, war das geil. War das eine geile Challenge, Mann. Leute. Holy shit, Mann. Okay, welche? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Das war richtig cool. Drei HP. Holy shit. Blind Challenge. Ja, nice, Leute. YouTube-Video. Ihr wisst Bescheid. Oh mein Gott, was für eine geile Challenge, Mann. Leute, danke, dass ihr da seid. Ihr habt es live miterlebt. Grüße gehen raus an euch alle. Falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Falls ihr noch keinen Daumen nach oben da gelassen habt, lasst auch sehr gerne ein Like da.